Kapitel 30 Die Brücke zwischen den Welten In einer kleinen Stadt, eingebettet in das sanfte Hügelland Mitteleuropas, rankte sich eine alte Legende um eine Brücke, die nicht nur zwei Ufer eines ruhigen Flusses, sondern auch zwei verschiedene Welten verbannt. Die Brücke, erbaut im Mittelalter, war seit Generationen ein Wahrzeichen und wurde als die Brücke zwischen den Welten bezeichnet. Es wurde gemunkelt, dass man, wenn man in einer mondlosen Nacht zur rechten Stunde die Brücke überquerte, in eine Welt eintauchen konnte, die von Mythen und Magie geprägt war. Der Geocache, der mit dieser Legende verwoben war, trug den passenden Namen Weltenkreuzer. Der Cache war so konzipiert, dass er nur unter spezifischen Bedingungen gefunden werden konnte, und er zog Geocacher an, die sich nach einem Hauch von Abenteuer und Mysterium sehnten. Karoline, eine Lehrerin und begeisterte Geschichtsliebhaberin, war eine solche Person. Sie hatte die Geschichten als Kind gehört und beschlossen, das Geheimnis, das die alte Brücke umgab, selbst zu erforschen. Nachdem Karoline eine alte Schatulle mit Hinweisen und Rätseln entdeckt hatte, die angeblich zur Lage des Caches führten, wartete sie auf eine mondlose Nacht. Als diese endlich kam, packte sie ihre Taschenlampe, das GPS und ein Notizbuch ein und machte sich auf den Weg. Die Nacht war still, als sie die Brücke erreichte. Nebel schlängelte sich um die alten Steine und gab dem Ort ein gespenstisches Aussehen. Karoline zögerte einen Moment, bevor sie die Schwelle überschritt, und fühlte eine seltsame Veränderung in der Luft eine Kühle, die nichts mit der nächtlichen Temperatur zu tun hatte. Mit jedem Schritt über die Brücke wurden die Geräusche der modernen Welt gedämpfter, und als sie das andere Ufer erreichte, war die Atmosphäre anders, die Sterne schienen heller, die Geräusche der Natur lauter und klarer. Karoline zog die Schatulle hervor, und die Rätsel führten sie zu einem kleinen, verborgenen Pfad neben der Brücke, der in einen alten Wald führte. Sie folgte dem Pfad, der mit leuchtenden Moosstrafen gesäumt war, was in dieser Nacht wie eine natürliche Wegbeleuchtung wirkte. Nach einigen Hinweisen, die an den Bäumen gekennzeichnet waren, führte sie der letzte Hinweis zu einer alten Eiche. Am Fuß der Eiche, versteckt unter einem Stein, der mit seltsamen Symbolen graviert war, fand sie den Cash. Der Container war eine alte, hölzerne Box, kunstvoll geschnitzt und scheinbar alterslos. Innen war das Logbuch, umgeben von verschiedenen Artefakten, die von anderen Geocachern hinterlassen worden waren. Sie trug ihren Namen ein, staunte über die kleinen Schätze, die sich im Inneren befanden, und entschied sich für eine kleine, glänzende Münze als Andenken. Als Caroline den Rückweg antrat, war es, als würde sie aus einem Traum erwachen. Mit jedem Schritt über die Brücke kehrte die moderne Welt zurück, und der Zauber des Waldes verblasste. Als sie sich umdrehte, war die Brücke wieder nur eine Brücke, aber für eine Nacht hatte sie mehr gesehen. Sie hatte die Brücke zwischen den Welten überquert und würde die Erinnerung an diese magische Nacht immer in ihrem Herzen bewahren. 3. 4. Vielen Dank.